Man kann dahinten schon die Freiheit Shisha sehen. Das reicht. Man kann dahinten schon die Freiheit Shisha sehen. Okay, zwei reichen. Ich glaube, wir haben ihn gerannt. Das merkst du an den Wasserspritzern. Pass auf. Wasserspritzer. Ein langes Intro, also einfach nur Shorts. Ja, ihr labert nur. Ich sitze nur netter neben mir. Und feils dir die Hände. Oder du setzt dich hier hin und ich werfe den Tabak von dort drüben, von aus dem Bild zu dir. Ich habe den Tabak vor. Nee, brauchen wir nicht. Rettet mich, ich bin nicht freiwillig hier. Hört nicht auf die Frau rechts im Bild. Weißt du, wie man das dreht rechts im Bild? Hört nicht auf die Frau links im Bild. Kannst du das mit dem Rechtsblatt ausschneiden? Nein. Ich drehe einfach das Bild um. Danke. Hört nicht auf die Frau rechts im Bild. Beste Voraussetzung, bin ich hier in dem Video. Ich kann mich nur noch an Videos um halb drei in der Nacht völlig ver****n gemeint haben. Habt ihr nicht gehört? Die Kamera läuft schon, ja? Das wird rausgeschickt. Sagt doch, die Lade hier ist echt bescheiden. Fünfmal am Tag. Das kommt in die Auswege, ne? Ja. Das ist, ja, schwingend. Mann, Alter, wie lange fährt denn der jetzt in die Ecke? Der dauert einen Moment. Geht ja vielleicht ins Erfolg. Vielleicht dachte er, es brennt hier. Ne, hier ist ein Schiff untergegangen. Hab ich heute Morgen gelesen. Ja. Ja, entweder man kann drüber lachen oder eben nicht. Men. Punkt. Men? Men. Men. Keine Ahnung. Mense. Ach, Mense. Kaktusfeige mit Mense. Logisch. Richtig. Logen. Ja, war so. Also, Kaktusfeige mit Mense. Mense ist übrigens ein super geiler Geschmack. Es ist ein Geschmack des Jahres 2020. Die haben wir jetzt schon gekürt. Da haben wir jetzt hier auch immer schön ein paar Menzblätter. Ja. Der riecht auf jeden Fall ansprechend und macht Bock aufs Rauchen. Wie schmeckt der denn? Gut. Schmeckt gut. Okay, Kaktus hat ja schmeckt gut, Flo sagt. Ich kann mich der Regie nur anschließen. Alright, then keep your secrets. Nach Mense. Nach Mense. Definitiv. Mense. Das Setup präpariert. Also, das Setup sieht auch nochmal in der Beschreibung. Da könnt ihr nochmal gucken, was wir hier mit was wir brauchen. Es wurde zwar gerade gesagt, aber man kann hier immer nicht ganz freuen. Ja, er nuttet immer so. Was ist denn los mit euch? An die Regier weg. Mein Haushalt. Ja, aber du hast den Tausch. Ja, halt stopp. Es ist mein Haus. Würde ich sagen. Er hat immer recht. Das ist mein Haus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber, vergesst nicht uns zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schau um nach oben. Kein weiteres Video von uns zu verpassen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen. Stürz dich doch ins Wasser. War cool, dass ihr uns zugeguckt habt. Geil. Der schwimmt jetzt nach Afrika. Hau rein. Tschüss. Wir machen uns noch einen Kunden. Tschau. Soll ich mal ausmachen? Mach mal aus. Adi, kommst du wieder hoch? Ihr merkt, es ist total wirklich langweilig, wenn jemand rauskommt. Mach raus. Was soll das? Tschüss, mach rein. Sind die immer noch da? Hallo. Baut euch einen Kopf. Raffen, Pfeife. Schönes Wetter draußen. Macht euch ein Bierchen auf. Oh ja, das ist gut. Auf den Angus. Ich meine die Schleichwerbung hier.